Schönen guten Tag meine lieben Leute und herzlich willkommen zu diesem kleinen Mini-Info-Video. Ich wollte heute eigentlich Resident Evil 2 streamen, aber ich fühle mich absolut miserabel. Das liegt wahrscheinlich an den scheiß Ctr-10-Tabletten, die ich gegen die fucking Pollen nehme. Ich bin mega müde, ich bin richtig geschafft und mir ist sogar leicht schwindelig. Deswegen werde ich heute nicht streamen, ich wollte euch darüber in Kenntnis setzen, damit ihr euch nachher nicht wundert, warum kein Stream startet. Ich wünschte, es würden mehr Leute von euch in die Community-Tabs gucken, dann würde ich eventuell da mal mehr machen, aber genauso könnte man sich auch fragen, warum ich keinen Twitter-Account oder so habe, da könnte ich sowas auch ankündigen. Ich wollte euch nur Bescheid geben, dass das heute leider nichts wird, weil ich absolut hinne bin und dazu kommt noch, dass ich morgen wieder Frühstück habe, ich hatte ja heute Urlaub, hatte gestern Bowling-Liga und ich bin halt komplett für den Arsch irgendwie momentan. Und habe deswegen natürlich auch keine Lust wirklich zu streamen. Und ja, ich hoffe, ihr habt da halbwegs Verständnis für. Ich schaue mal, wie es mir die nächsten Tage geht, weil das Problem ist halt, jetzt blühen halt schon diese Kackpollen, also gerade, was war das noch? Haselnuss, Haselnuss meistens, also das meiste, was hier in der Gegend blüht, ist Haselnuss. Und irgendwas anderes, glaube ich, auch schon. Und ohne Zitrizin sind halt meine Augen mega am Jucken und meine Nase am Laufen und ich kriege Atemprobleme und so. Deswegen muss ich Zitrizin schlucken und die machen mich übelst fällig und müde und abgeschlagen und ich weiß gar nicht. Und ich würde die am liebsten nicht mehr nehmen, aber wenn ich das nicht tue, würde ich mir die Augen rauskratzen, weißt du, weil das so anfängt zu jucken und wie gesagt, dann kriege ich wirklich richtig schwierige Probleme. Deswegen, ich kann euch noch nicht sagen, ob ich jetzt diese Woche überhaupt streamen kann, weil Tatsache ist, dass ich die Tabletten weiter nehmen muss. Sonst komme ich nämlich gar nicht mehr klar auf mein Leben und ich zusätzlich noch arbeiten muss und Frühschicht habe. Und das beides kombiniert, macht mich dann nochmal zehnmal so müde. Deswegen, ich sage jetzt einfach mal, es könnte gut sein, dass ich erst Samstag wieder streamen kann. Ich habe aber allerdings schon mal eine minimale gute Nachricht für euch. Das Update von Resident Evil 2, das hat funktioniert, das habe ich vor ein paar Tagen gemacht. Und das funktionierte vor ein paar Tagen. Warte mal. Heute ist Montag, ne? Ja, na, siehst du, ich bin total Banane da oben. Ne, gestern Abend habe ich das gemacht. Und gestern Abend nach der Bowling-Liga hatte ich geguckt, ob das funktioniert. Ähm, ja. Und das hat funktioniert. Ich habe es zwar noch nicht ausprobiert, aber er hat es zumindest vollständig runtergeladen und da steht er jetzt wieder bereit zum Spielen oder sowas. Also sprich, wenn ich dann Samstag streame, weil Samstag sind halt die meisten, haben halt die meisten Leute Zeit, Samstagsabends, und gucken auch die meisten Leute zu. Kann durchaus sein, dass ich im Laufe der Woche nochmal Dark Souls 3 streame, wenn ich mich ein bisschen besser fühle. Aber alleine, wie sauer ich letztes Mal schon wieder geworden bin, habe ich, glaube ich, nicht wirklich Lust darauf. Ganz ehrlich. Äh, deswegen. Ja, wie gesagt, mir tut das sehr leid. Ich hätte gerne heute für euch gestreamt. Oder auch jetzt diese Woche, weil in der Frühschicht kann ich eigentlich immer am besten streamen, weil ich da halt, ne, Frühschicht habe. Ähm, ja. Wie gesagt, sorry, tut mir leid. Aber das wird jetzt erstmal nichts. Zumindest heute mindestens nicht. Morgen eventuell auch nicht. Und dann schauen wir mal, wie die restliche Woche läuft. Ähm, ja. Wahrscheinlich dann erst wieder Samstag, wenn ich von der Frühschicht mich erholt habe und vernünftig ausgeschlafen bin. Äh, dann geht das eventuell. Und, äh, ja. Weil ich will halt nicht wie eine komplette Schlaftablette für euch hier vorm Rechner sitzen, halb einschlafen und total schlecht drauf sein, weil es mir eigentlich gar nicht gut geht. Äh, und, äh, ich denke, die meisten von euch werden das auch verstehen. Gut. Äh, soll jetzt erstmal genug Gefahr so sein. Äh, ich habe mehr oder weniger jetzt euch eine Sache gesagt. Hier hätte man ja 20 Sekunden sein können. Ich habe jetzt vier Minuten um den heißen Mal herumgeredet. Ähm, danke euch allen fürs Zusehen. Äh, danke für das Verständnis, wenn es denn dann von euch aufgebracht wird. Und ja, ich denke, wir werden uns dann erst wieder Samstag sehen, wenn ich eine vernünftige Mütze schlafgekriegt habe. Und, äh, ja. Ja, also ich gucke immer, was, äh, auf wetter.com, was gerade für Pollen fliegen. Denn ich bin so ziemlich gegen jede Allergistie fliegt, ne. Aber es gibt halt so ab und zu so Pausen, da fliegt nicht ganz so viel rum. Und momentan ist halt Haselnuss extrem schlimm. Und, ja, das mache ich fertig. Und dann noch dieses Citrizin dazu. Gut. Ich denke, wir sehen uns, äh, Samstag wieder. Samstagabend. Ähm, wenn ich Samstag streame, was ich hoffentlich tue, dann, ähm, ungefähr um 20 Uhr. Ich, ich gebe euch, ich kann euch generell sagen, selbst wenn ich sage, ich streame dann und dann, ähm, ab dann und dann Uhr, nimmt das nicht zu wörtlich. Denn die Zeiten können ein bisschen variieren. Äh, manchmal fange ich eher an, manchmal fange ich erst später an, weil ich noch irgendwas, weil mir noch irgendwas dazwischen kommt. Äh, also das tut mir leid, dass ich da nicht sehr verlässlich bin. Aber so ist das nun mal mit mir. Ähm, ja, guckt einfach. Aktiviert die Glocke, dann seht ihr, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, wenn YouTube gerade mal wieder nicht spinnt, äh, dass ich streame. Und dann, ne? Und sonst, wie gesagt, in den Frühschichtwochen eigentlich immer um 17 Uhr, wenn ich mich gut fühle. Und, ähm, sonst am Wochenende, zwischen, äh, Spätschicht und Frühschichtwochen, dann immer ab 20 Uhr Samstags. Und Sonntags halt nur, wenn ich kein Bowling habe. Ne? Gut, danke euch fürs Zuschauen. Das soll es jetzt auch echt gewesen sein. Und ich wünsche euch noch, äh, eine angenehme Woche. Ich werde mich morgen auf der Arbeit richtig anstrengen müssen, da nicht einzuschlafen auf meinem Kommissionierer. Und, ja, wir sehen uns dann nächsten Samstag. Macht's gut, bis dahin, euer Tentum Master. Und, ja, wir sehen uns dann.